Der Mensch ist eine sonderbare Spezies, ganz gleich in welchem Universum. Universen werden geboren und sie sterben wieder. Es gibt gewisse Anzeichen dafür, dass ihre Welt, so wie sie sie kennen, bald Geschichte sein wird. Das Ende aller Dinge. Er ist ein bedauernswertes Geschöpf, ihr Mr. Snyder. Doch der Prophet hat es sich zum Ziel gesetzt, seine besonderen Gaben zum Wohl der Menschheit einzusetzen. Sie müssen verstehen, was mit ihm geschehen ist. Die Dinge, die wir tun mussten, es war notwendig. Der Untergang der Welt steht bevor, Mr. Snyder. Es geht hier um mehr als um bloße Freundschaften. Glenn, wenn du mir hilfst, können wir alle Menschen hierher bringen, nicht nur einzelne Stippen. Uns läuft die Zeit davon. Hilf mir. Lass mich in Ruhe. Ich will mit dem ganzen Zeug nichts mehr zu tun haben. Sie verflucht das Miststück. Bitte! Ist Ihnen klar, was Sie getan haben? Ich hab Angst, dass er stirbt. Sind Sie jetzt zufrieden, Harris? Oh Gott. Oh Gott. Ich dachte, ich verliere den Verstand. Glenn, wir brauchen dich. Hank, lass mich. Lass mich los. Sie sind tot, Kane. Wir alle sind tot. Es ist vorbei. Vorbei. Es war ein Fehler. 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 Vielen Dank.